Oh! Oh, ich liebe Benz! Ah, da ist Enger G2. Wie komm ich an Enger G2? Oh mein Gott! Du Hure! Kommt sie nochmal, wenn Schelz hingehe? Alter, was war das? Ich will nicht mehr um zu aufstehen. Warte! Ich kenne dich! Ja, ich erinnere! Du hast hier gearbeitet. Wie bist du? Leben! Hm? Barb? Oh. Barb sagt, dass du deine Mitarbeiter suchen. Katnap will nicht, dass du hier bist. Du solltest du weg. Für deine eigene Sicherheit. Nee. Nein, kann nicht ganz nach oben? Mach gerne das Spiel kaputt. Nein. Sind die Benzen hinweist das? Oh, so komm ich da hin. Hm. Da bin ich wieder. Guck mal, ich hab irgendwie die Hand verpackt. Nichts das? Ja. Siehe Fäden. Ah ja. Äh, mach's gut! Spiderman! Spiderman! Alter, Jason ist bei dir! Ja. Hey, hey! So, dann mach ich erstmal die Hand dran. Wir kennen ja. Wir wissen warum. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst. Dann machen wir die Tür zu. Und zack ist es da! Wegen was muss ich das jetzt nochmal machen? Damit du Energie reingeladen wird, du sie mitnehmen kannst. Was? Diese Energie? Nein. Die muss die Energie reinmachen. Ah. Ach du. Oder da. Ja. Gib sie mir doch, bitte. Oh, mhm. Wo war der scheiß Fernseher? Ich hab den irgendwo gesehen. Nee, das ist er nicht. Wo sind die Kinder? Wo sind die Kinder? Wo sind die Kinder? Ja. Wo sind die Kinder sicher? Ja. Wo sind die Kinder sicher? Kann ich sie sehen? Nein. Und das war es. Das war's. Das war's, was er mir gesagt. Ich geh wieder. Das ist mir zu viel. Tschüss. Macht eure Scheiße doch alleine. Ich kann nicht irgendwo ein Messer finden und mir die Kehle aufschliften. was wird. Ich binипят. Ich bin zu säumen. Da ist keine Tür. Da fallen mir zwei, drei Dinge wieder ein im Leben. Hat keiner gesehen. Da werde ich rein in den Raum. Aber wie komme ich dann so schnell rüber auf die andere? Ich brauche meinen Stuhl wieder. Gib den her. Nein. Nein. No. Darf ich nicht? No. Okay. Gut. Funktioniert nicht. Wie gesagt, nein. Warum leuchtet das Poster so? Die hieß es? Bist du es? Der wurde hinter. Das ist dein neues Reich. Oh. Hoppala. What the? Oh Gott, der Anfang. Das Loch in dir schreit nach Essen. Ich weiß. Welches Loch? Welches? Was für Essen. Junge, wenn du das in das zweideutige übersetzt. Ne. Lesen ist für Anfänger. Als ob ich das jetzt lese. Das waren selbst deine Worte im Resident Evil. Jesus. Nehm ich mit in deinem Reich. Ist immer noch abgeschlossen. Hehehehe. Spider-Man! Ich würde gerne da lang. Ja, aber du kannst nicht. Ich. Ich weiß. Ich will aber. Nichts darf man in dem Spiel. Ja man. Alles gedacht. Na und wo ist dein Music Man? Hä? Komm doch her. Ist du gerade gefurzt? Stühle. Ja. Die macht es mit mir. Ach, da habe ich die Kraft in mir. Jetzt geht es. Aber von der anderen Seite geht es nicht. Nein. Ich wollte. Aus dem Grund wollte ich diesen Schrank darunter tun. Ich habe irgendwas random aufgehoben. Oder war das an der Tür? Wie ist es? Bist du da hinten? Bist du dahinter? Oh, so ein Hase ist das. Bist du? Du name bist du. Hein! Wie bist du? Mann! Ich griff dich col 접.